Hey und herzlich willkommen, ich habe ein paar Fakten über Hieronymus Busch für euch. Das war ein niederländischer Künstler, der im 15. und 16. Jahrhundert lebte. Er war bekannt für seine ungewöhnlichen und surrealistischen Gemälde, die oft biblische Szenen oder mythologische Figuren darstellten. Er war ein Meister des Detailreichtums und seine Werke sind voller versteckter Symbole und Bedeutungen. Er war ein Vorreiter des Surrealismus und seine Werke haben bis heute Einfluss auf die moderne Kunst.